Willkommen zurück bei ZGuides. In diesem Video geht es um das 169. Surah Medaillon. Ich befinde mich immer noch in Badal logischerweise. Wir fangen wie immer an. Hauptstadt, westlich davon, Ruhestadt, Grenzübergang. Jetzt der Hauptstraße folgen. Bis zu diesem Punkt hier. Bis zu dieser Kurve. Relativ knapp vor der Hauptstadt Backbadal. Hier angekommen, seht ihr da vorne so einen brennenden Schrein oder was auch immer, ist hier links eine kleine Ruine. Die ist kaputt. Wir gehen hier rein. Kletter bitte, ja danke. So, und hier ist eine kleine Höhle. Das Grab von Amrana. Ja, und wir müssen eigentlich nichts machen außer reingehen. Aber Vorsicht, der Boden bricht natürlich ein. Drüber springen und drüber gleiten, wie immer. Und hier ist es. Suche mit der Jungen. Das war's schon. Hier ist der Eingang. Hier ist die Hauptstraße, Eingang. Und hier ist es dann im Untergrund. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da... Die können einfach drüber laufen. Nein, können sie nicht. Lasst ein Abo da haben nichts zu verpassen. Haut rein. Ciao, ciao.